Wie er kann das nicht? Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Scheiße, sollen wir es für ihn aufmachen? Nein, das muss er selber auf die Reihe bekommen. Und was, wenn er scheitert? Dann ist er nicht würdig zu trinken. Meinst du, damit klappt es? Weiß ich nicht, wir brauchen mehr Gegenstände. Und was ist damit? Das ist perfekt. Mach's endlich. Ich versuch's doch. Wir müssen verhindern, dass er einen normalen Flaschenöffner benutzt. Ich habe einfach keine Ideen mehr. Schmitzi, tu doch etwas. Nimm das. Fluch der geöffneten Bierflasche. Auf keinen Fall im Kino.